Am 24.06. veranstalten wir den Top-Arbeitgeber-Kongress hier im Empire Reversight Hotel in Hamburg. 300 Unternehmer und Geschäftsführer kommen in einem hochkarätigen Netzwerk zusammen und erhalten von den Spezialisten der Branchen die Top-Arbeitgeber-Strategien. Vor Ort werden wir dir mit Michael Ballack, Professor Dr. Volker Nunnbeck und weiteren erfolgreichen Unternehmern einen klaren Fahrplan mit an die Hand geben, wie du deine Arbeitgeberaktivität erhöhst, die besten Fachkräfte anziehst und gerade in der jetzigen Zeit die Mitarbeiterbindung stärkst. Du hast nicht nur die Möglichkeit, mit anderen Unternehmern in den Austausch zu ergehen, sondern erhältst Unterstützung von den Experten direkt zu deinen unternehmerischen Herausforderungen. Sei dabei und melde dich jetzt an zum Top-Arbeitgeber-Kongress. Untertitelung des ZDF für funk, 2017